Hallo und herzlich willkommen bei meinem Wein-Podcast. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich, dich heute zur 60. Ausgabe vom 11. Juni 2022 begrüßen zu dürfen. Ja, großer Tag für mich. Wir machen einen neuen Themenblock auf, nämlich wir verlassen die Schweiz. Es hat sich leider kein weiteres Gespräch mehr ergeben. Sollte es da noch den einen oder anderen Nachzügler geben, reiche ich dann natürlich das Gespräch noch nach. Aber ich bin nicht allzu guter Dinge und habe deswegen entschlossen, jetzt der Schweiz einfach den Rücken zu kehren. Und wir machen uns etwas nördlich auf den Weg und bewegen uns ins Elsass. Ja, also neuer Themenblock, das Elsass. Der deutschsprachige Teil Frankreichs, hätte ich jetzt fast gesagt. Was damit gemeint ist, natürlich der ein oder andere von euch wird es wissen. Die Zuständigkeiten oder Zugehörigkeiten haben da über den Lauf der Zeit sich häufig gewechselt. Und es wird auch noch Deutsch im Elsass gesprochen, wenngleich eher von der älteren Generation. Und bei den Jungen ist es fast nicht mehr verbreitet. Nichtsdestotrotz sind natürlich noch einige Ortsnamen auf Deutsch natürlich jetzt ins Französische übernommen und angepasst worden. Aber zum einen die Nähe zu Deutschland und natürlich auch die Zugehörigkeit zu Deutschland für das eine oder andere Jahrzehnt, haben natürlich auch im Elsass kulturelle und traditionelle Spuren hinterlassen, sodass auch hier schon Gemeinsamkeiten, wie wir dann gleich im Hauptteil feststellen werden, zu finden sind. Und damit gehört für mich das Elsass eben auch in unseren bunten Reigen an deutschen, deutschsprachigen Anbaugebieten. Ja, viel vorgeplänkelt soll es heute nicht geben. Es wird ja wieder auch eine normale Episode sein, also sprich die sogenannten Seminarepisoden, wo nur ich zu hören bin, wo ich euch ein bisschen was über das schöne Elsass erzählen möchte. Und deswegen möchte ich gar nicht mehr Zeit verstreichen lassen. Und wir steigen gleich ein in diese Folge. Also Elsass, Frankreich, endlich kommen wir auf den Nabel der Weinwelt zu sprechen. Also ich freue mich einfach ganz besonders jetzt auch mal Frankreich als Thema zu haben. Es war insgesamt schon länger auf meiner Agenda. Ich hatte auch mal eine Zeit lang überlegt, Anbaugebiete dezidiert zu besprechen und hätte da natürlich auch Frankreich mit reingenommen. Das hat sich jetzt ein bisschen anders entwickelt. Und dennoch freue ich mich natürlich, dass wir jetzt auch hier auf Frankreich zu sprechen kommen. Ich hole heute ein bisschen weiter aus und hoffe damit euch die Möglichkeit auch zu geben, Frankreich und das Elsass richtig einzuordnen in die Weinwelt und vielleicht auch in Zukunft, was euer Trinkverhalten angeht. Ich fange mal ganz vorne an. Und zwar ist für mich Frankreich schon der Drehung Angelpunkt das Zentrum der Weinwelt. Die Franzosen für sich behaupten es ja selber immer ganz gerne. Le Grand Nation ist natürlich ein Ausdruck des Selbstverständnisses und natürlich auch nicht zuletzt, das muss man neidlos anerkennen, auch Ausdruck der Wichtigkeit der Kultur in Europa. Und da gerade insbesondere beim Wein muss man auch ehrlicherweise gestehen, dass um Frankreich eigentlich kein Weg drum herum führt. Zum einen kommen natürlich die wichtigsten weltweiten Rebsorten in der ganz überwiegenden Mehrzahl aus Frankreich ursprünglich. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich hat auch der Weinbau in Frankreich eine sehr, sehr lange Tradition, auch wenn es natürlich woanders schon früher Weinbau gab. Nichtsdestotrotz, sei mal aus einfaches Beispiel genannt, die Mönche im Burgund, die mit als erstes angefangen haben, Lagen auszuzeichnen, zu bestimmen, einzuordnen, qualitativ als auch klimatisch, in Abstimmung auf die Rebsorten, das dort seit Jahrhunderten gemacht und zelebriert wird, spricht schon Bände. Und das ist jetzt nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen. Das schlägt sich dann eben auch darin nieder, dass die französischen Rebsorten so eine weltweite große Verbreitung haben und auch weltweit geschätzt werden, auch wenn heutzutage beispielsweise die eine oder andere französische Rebsorte nicht mehr mit Frankreich in erster Linie in Zusammenhang gebracht wird. Da kann man vielleicht als erstes den Sauvignon Blanc nennen, wo heutzutage viele an Neuseeland denken und nicht mehr unbedingt an das Loartal, Sausser oder Püly Fumé. Frankreich spielt aber nicht nur als Lieferant der Rebsorten eine große Rolle, sondern natürlich auch das Know-how, das in Frankreich in Sachen Wein vorherrscht, wird weltweit gerne abgegriffen, aber letzten Endes auch als Vorbild. Die französischen Rebsorten bringen es natürlich mit sich, dass auch die französischen Weinstiele weltweit als Vorbild gelten, auch in der Neuen Welt, auch wenn man da natürlich sagen muss, dass die einen ganz anderen Weinstiel pflegen. Südafrika vielleicht so als zwischen den Stühlen sich befinden, noch am ehesten versucht, die französischen Originalstile nachzuahmen, aber weltweit wird einfach der französische Wein versucht zu imitiert werden. Unter anderem schlägt es sich dann eben so nieder, auch in der Bezeichnung, dass man hier von Bordeaux-Plants spricht, von lokalen Bordeaux-Plants spricht, also die Cabernet Sauvignon und Merlot-Traube, küvetiert mit einer lokal wachsenden Rebsorte. Ich bleibe jetzt hier beim Beispiel Südafrika, wenn man dort den sogenannten Cape-Plant hernimmt, dann hat man eben diese zwei Bordeaux-Rebsorten und gibt dann dazu noch etwas Pinotage dazu, was in vielen Fällen auch ganz lecker gelingt, finde ich. Und schon hat man quasi die französischen Zugpferde kombiniert mit einer lokalen Rebsorte und hat somit auch ein einzigartiges Produkt mit Lokalkolorit. Dann gibt es natürlich auch sowas wie die Rhone-Rangers in Kalifornien, die sich eben zum Ziel gemacht haben, letzten Endes den Syrah in Kalifornien qualitativ auf die Spitze zu treiben und so weiter und so fort. Also daran merkt man einfach, dass Frankreich nicht nur Rebsortenlieferant in der Vergangenheit war, sondern eben auch als weltweites stilistisches Vorbild fungiert. Auch wenn natürlich die Nachahmung nicht immer eins zu eins gelingen kann und das auch in vielen Fällen gar nicht gewünscht ist. Aber die Art und Weise, wie die französischen Rebsorten kultiviert werden, ausgebaut werden, da lehnt man sich einfach schon an Frankreich an und die Referenz ist natürlich dann auch in vielen Fällen einfach der ursprüngliche französische Stil. Was hat es jetzt mit dem französischen Wein im deutschsprachigen Raum auf sich? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie weit Frankreich entfernt ist, aber in meinen vielen Seminaren mit den Konsumenten und Kunden stelle ich schon immer wieder fest, dass eigentlich der französische Wein einen relativ schlechten Stand zu haben scheint bei vielen deutschen Zungen. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, an was das liegt. Jetzt bei meiner Heimatregion ist es einfach so, Bayern ist halt und der süddeutsche Raum vielleicht im Allgemeinen. Ist natürlich sehr stark Richtung Italien gebürstet. Dort fahrt man in Urlaub hin, dort war auch schon jeder Mal und entsprechend trinkt man natürlich auch viel lieber italienischen Wein als französischen und in München zumindest, denke ich, ist der italienische Wein sehr, sehr dominant. Zum anderen, wenn man jetzt an Gebiete schaut in den Westen Deutschlands, dann handelt es sich da halt in vielen Fällen auch um Anbaugebiete in Deutschland, sodass dort natürlich wieder das lokale und patriotische Trinkverhalten mit rein spielt, sodass hier natürlich auch wegen dem Angebot einheimischer Weine eher selten auch dort zu französischen Weinen zumindest in der Mengenschau nicht so oft gegriffen wird. Zum Dritten würde ich sagen, spielt noch mit rein, dass viele französische Stile, ganz pauschal gesagt, und ich komme gleich noch dazu, wie sinnvoll das ist, dass natürlich viele französische Rotweinstile, Rotweinstile, machen wir es mal ein bisschen konkreter wenigstens, sich sehr gut als Essensbegleiter darstellen und auch oft Ecken und Kanten haben. Dazu kommt noch, dass viele französische Rotweinstile von einem Flaschenlager profitieren. Das muss jetzt nicht so extrem sein wie in Bordeaux, dass man da 15, 20 Jahre in den Topqualitäten warten müsste. Nein, aber die Rebsorten, wie der Syrah, wie der Cabernet Franc, wie der Cabernet Sauvignon, als auch der Merlot und viele andere noch mehr, haben natürlich schon ein relativ straffes Tanningerüst, sodass das einfach Weine sind, die ohne Essen nicht vielleicht ganz so viel Spaß machen und auch am besten oftmals mit Essen funktionieren und sich ein bisschen schwer tun als Standalone-Weine. Und das passt einfach nicht so wirklich gut zu dem deutschen Trinkverhalten, weil wir zum Essen oft lieber zum Bier greifen und Wein eher im geringeren Maße, wie es in Frankreich üblich ist, zum Essen trinken, sondern auch Wein oft ohne Essen trinken. Und damit tut sich der französische Wein ganz pauschal gesagt vielleicht ein bisschen schwerer zu gefallen. Und damit haben wir, glaube ich, so die drei wichtigsten Aspekte erschlagen, warum französischer Wein grundsätzlich allgemein gesprochen bei uns sich ein bisschen schwer tut. Nichtsdestotrotz muss ich aber eine Lanze für Frankreich brechen. Ich habe jetzt mentalitätsmäßig auch die ein oder andere Schwierigkeit mit Frankreich. Ich spreche auch leider kein Französisch. Damit mag es auch gerne zusammenhängen. Aber die Größe, die Wichtigkeit Frankreichs in der Weinwelt auch vor Italien und Spanien, auch wenn man sich die beiden Länder genauso wenig aus der Weinwelt wegdenken kann. Und die drei natürlich die heilige Dreifaltigkeit sind in der Weinwelt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat Frankreich eine ganz besonders hervorgehobene und herausragende Stellung. Und für denjenigen, der sich jetzt mit Wein beschäftigen möchte, und dazu zähle ich euch, liebe Hörer, natürlich mal pauschal einfach alle dazu, ist es unumgänglich, das ist eine Pflichtveranstaltung, wir reden jetzt nicht von der Kür, das ist die Pflichtveranstaltung, dann musst du dich einfach in Frankreich auskennen. Und zwar ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil Frankreich natürlich ein sehr, sehr großes Weinbauland ist, ein kompliziertes Weinbauland ist, ein sehr vielseitiges Weinbauland ist, alle erdenklichen Weinstiele zur Verfügung stellt. Und insofern ist das schon eine Mammutaufgabe. Da muss man jetzt sicherlich nicht bis zum Erdmittelpunkt bohren und alle Jahrgänge bis 1920 beim Vornamen kennen. Aber die großen Anbaugebiete mit ihren Leuchtturm-Appellationen, die wichtigsten Rebsorten, das ist alles nötig, um sich in der Weinwelt orientieren zu können. Und das, ehrlicherweise gesagt, trifft fürs Elsass nicht wirklich in dem Maße zu, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Und damit kommen wir auch letzten Endes jetzt zu unserem Thema Elsass. Das Elsass, wie gesagt, warum, warum, oder sagen wir mal so, warum spielt es nicht, warum hat es nicht das die Rolle, von der ich jetzt so lang und breit erzählt habe? Also zum einen ist Elsass natürlich, wie schon eingangs gesagt, ein Gebiet, was immer wieder hin und her gewechselt ist zwischen Frankreich und Deutschland, wenn man die heutigen Namen der Staaten verwenden möchte. Das führt natürlich dazu, dass es ein Mischmasch, sage ich jetzt einfach mal so platt, ist an kulturellen Einflüssen, wo das Deutsche hier und da auch immer noch zu spüren ist. Und damit natürlich jetzt vielleicht nicht alle Hardcore-Franzosen das zu dem Herz Frankreichs dazuzählen, was Frankreich ausmacht. Es gehört dazu, man möchte es natürlich nicht mehr hergeben oder vermissen, gar keine Frage, das möchte ich auch damit nicht sagen. Aber wenn man jetzt an Frankreich per se denkt, dann fällt einem jetzt vielleicht Elsass und vielleicht auch der Nordosten Frankreichs nicht aus allererstes ein, weil dort eben nicht die französische Kultur und Tradition in ihrer reinsten Form zu vorherrschen. Wir haben hier einfach einen Schmelztiegel, ein Grenzgebiet im wahrsten Sinne des Wortes, wo einfach unterschiedliche Einflüsse sich bemerkbar machen. Das ist das Politische, wenn man es so sagen möchte. Und zum anderen ist das Elsass natürlich am Rheingelegen auch sehr stark auf den Fluss orientiert. Und zum anderen die Vogesen, die das Elsass im Westen von Frankreich, wenn man so möchte, abtrennt. Ist da auch ein natürliches Hindernis, würde ich jetzt mal so sagen, da, was vielleicht im Kopf dann auch ein bisschen eine mentale Hürde darstellt, sodass Elsass jenseits den sieben Bergen bei den sieben Zwergen am großen deutschen Fluss eben liegt und damit vielleicht auch so eine, ich sage jetzt mal, Sonderrolle im positiven Wortsinn vielleicht spielt. Weiter ist es so, dass das Elsass kein allzu großes Weinbaugebiet ist für französische Verhältnisse und auch die Rebsorten, die dort angebaut werden, durchaus in diesem deutschsprachigen Kontext zu verstehen sind. Welche das sind, komme ich gleich nochmal darauf ein. Ich möchte jetzt vorher nochmal auf die Lage eingehen und die Besonderheiten. Das Anbaugebiet, wie gesagt, an sich ist eher klein und schmal vor allem. Man kann es sich vorstellen, es liegt im Mittel vom Elsass als Appartement, was ja im Prinzip als Bas-Rhin und Haute-Rhin bezeichnet wird. Also es gibt in dem Sinn gar kein Departement Alsass oder ein Bundesland, wie man es jetzt bei uns sagen würde. Das gibt es in der Form nicht, sondern das ist eben aufgeteilt auf diesen zwei Departements und das Weinbaugebiet erstreckt sich auch über beide Departements. Und wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann kann man grob sagen, der Streifen, der etwa 100 Kilometer lang ist, aber eben nur wenige Kilometer breit ist, wirklich sehr schmal ist, bewegt sich im Grunde zwischen Straßburg und Mühlhaus. Das ist so ein bisschen das Gebiet, was abgedeckt wird. Und ich würde mal sagen, um Kolmarum und nördlich davon, das ist das, was am hochwertigsten angesehen wird, zumindest wenn man von den Ursprungsbezeichnungen oder von der Qualität der Lagen ausgeht. Das Allelsas an sich hat auch klimatisch eine gewisse Sonderrolle. Zum einen spielen hier die Vogesen, die kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Die Tour de France radelt da häufiger drüber, daher kannte ich sie zunächst ganz früher. Aber die Vogesen, ein Gebirgszug, der letzten Endes das schlechte Wetter, was ja meistens in unseren Breiten vom Westen her kommt, ein bisschen abbremst, aufhält. Dann regnet das schlechte Wetter quasi an der Westflanke der Vogesen ab und der verbleibende Wind tritt dann als trockener, warmer Fallwind Richtung Rheinebene auf. Und somit, also es ist quasi ein Föhneffekt, so wie man es in den Alpen auch kennt. Und damit zählt das Elsass zum einen zu einem sehr warmen Gebiet im Verhältnis zu seiner geografischen Breite. Wir bewegen uns ja hier ganz grob um den 48. Breitengrad, also schon eher ziemlich weit im Norden. Aber es ist überdurchschnittlich warm für diese geografische Breite. Und das ist ja auch der Grund, warum Baden in Deutschland als einziges Anbaugebiet, was ja auf der anderen Rheinseite dann ist, als Klimazone B gilt, als einziges in Deutschland. Noch vielleicht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das kommt natürlich auch daher von den warmen Fallwinden aus den Vogesen und der Wettersperre der waldigen Rücken dieser Hügelkette. Also es ist warm und trocken im Verhältnis. Es ist auch die, meines Wissens, die trockenste Gegend Frankreichs. Also nirgendwo fällt so wenig Niederschlag wie im Elsass. Und deswegen ist es schon auch durchaus prädestiniert. Was jetzt andersrum wieder ein bisschen überrascht, ist der Rebshortenspiegel. Wir haben nämlich im Elsass 90 Prozent Weißwein. Deswegen präsentiere ich euch auch heute zwei der bekanntesten Rebshorten, weiße Rebshorten. In der nächsten Episode haben wir ja dann einen Rotwein und einen Schaumwein. Aber Weißwein spielt mit 90 Prozent die größte Rolle. Und was sind es für Rebshorten? Im Prinzip teilen sich die Spitze drei Rebshorten mehr oder weniger zu ähnlichen Verhältnissen auf. Ganz, ganz vorne steht der Riesling. Dann kommt der Pinot Blanc. Und dann kommt der Gewürztraminer. Und wir probieren ja, weil wir Riesling schon häufiger hier hatten, probieren wir nachher auch gleich ein Gewürztraminer und ein Pinot Blanc. Also jeweils dieser drei Rebshorten im Mittel knapp über 20 Prozent Rebflächenanteil. Und dann gibt es natürlich noch den Silvaner, der sich hier mit Y schreibt statt mit I. Und Grauburgunder, auch sehr wichtig noch, wird manchmal auch Tokai Pinocri genannt oder Tokai Dalsas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das heutzutage noch mit EU-Bezeichnungsrecht in Übereinstimmung ist, weil Tokai ja die geschützte Ursprungsbezeichnung aus Ungarn ist für die nordöstliche Gegend in Ungarn, wo er hauptsächlich bekannt ist für ihre Tokaia-Weine eben. Keine Ahnung, kann einer von euch vielleicht nochmal ergänzend dazu was sagen. Aber Pinocri, also Grauburgunder, und dann natürlich noch der Muscat Dalsas, ein ganz kleiner Anteil. Einzige rote Rebshorte, aber da kommen wir dann in der nächsten Ausgabe zu sprechen, ist dann der Pinot Noir. Da erfahrt ihr dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr noch. Und ja, das war es im Wesentlichen. Und diese drei Rebshorten sind natürlich schon auch sehr weit verbreitet in deutschsprachigen Anbaugebieten. Aber das Wetter vor allem, also das warme Wetter, spielt einfach in, spielt seine Rolle damit rein, sodass die beiden Stiele mit diesen, ich sage jetzt mal, deutschen Rebsorten im Elsass schon ein bisschen anders ausfallen. Zum einen liegt es natürlich auch am Boden. Die Bodenformationen, die Geologie wechselt sich sehr schnell und sehr auf kurzen Distanzen sehr entscheidend ab. Vielleicht kann man es noch am ehesten vergleichen mit der Nahe, wo wir ja auch sehr unterschiedliche Böden auf kleinstem Raum haben. Aber im Wesentlichen haben wir im Elsass als Urgesteinsböden Granit, Schiefer und Kneis. Und dann haben wir auch noch Sedimentsböden aus Kalk, Mergel und Sandstein. Und die sogenannten Krogrüs, von denen es mittlerweile 50 gibt, die in den Ende der 70er Jahre definiert worden sind, die stehen meistens auf Mergel und Granit. Und somit durch diese Böden, aber vor allem durch das trockene, warme Wetter, wenn man es pauschal ausdrücken will, Elsässer Weine zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie zum einen natürlich eine sehr hohe Reife haben, damit vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol, wie man es aus anderen Ecken kennt. Auch beim Gewürztraminer, der natürlich generell sehr viel Zucker mitbringt. Und dann kommen wir da halt schon sehr, sehr nahe an die 15 Prozent ran. Die Wärme bringt aber auch das Problem mit sich, dass die Säure zu stark abgebaut wird. Also der Elsässer Wein zeichnet sich über alle Rebsorten. Wie gesagt, ganz pauschal gesagt, ich weiß, es gibt viele Ausnahmen, aber ganz pauschal gesagt zeichnet sich der Elsässer Wein vielleicht durch eine eher geringere Säure aus. Und insgesamt wirken die meisten Elsässer Weine im Weißweinbereich zumindest als eher breit, wuchtig, barock mit einem kräftigen Körper im Vergleich in Relation zu der verwendeten Rebsorte, woran man sie eigentlich immer ganz gut erkennen kann. Das ist das, was den Elsässer Wein auszeichnet, was ehrlicherweise gesagt nicht mehr unbedingt zu 100 Prozent in den aktuellen Trend, Geschmacksvorlieben der breiten Bevölkerung passt, sodass der Elsässer Wein ein mittelkleines Imageproblem, Absatzproblem vielleicht hat. Was sich vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit gezeigt hat, weil der Gewürztraminer insbesondere sehr stark eingebrochen ist, der Absatz des Gewürztraminers, weil natürlich durch den starken Tourismus Wein sehr viel im Weingut verkauft wird oder in den Souvenirshops. Und wenn die Leute halt nicht hinreisen, wird er auch nicht gekauft, weil einfach der, insbesondere der Gewürztraminer, der ja ohne Ü dort geschrieben wird, also Gewürztraminer, oft aus Mitbringsel, weil es eben als dezidiert Elsässisch angesehen wird. Der ist da komplett eingebrochen. Das war echt eine taffe Geschichte. Und dazu kommt eben noch der Off-Trend-Stil, den der Gewürztraminer im Elsass mitbringt. Apropos Tourismus, wie der ein oder andere von euch ja weiß, wir hatten eine Zeit lang im Südhessen gewohnt und sind dann auch sehr oft ins Elsass gefahren. Und das heißt nur zum Beispiel nach Lauterburg, kurz hinter der französischen Grenze, die Alte Mühle ist eine kleine Touristenfalle, aber das Restaurant hat einfach sehr leckeres französisches Essen. Und das hat einfach immer Spaß gemacht, dort zu essen. Auf der deutschen Seite stand halt eine Pommesbude, eine Currywurstbude. Da sieht man schon, finde ich, was so kulinarisch angeboten ist. Ganz über den Kamm geschert merkt man einfach, wie da der Franzose tickt und der Deutsche tickt. Und wir sind da auch öfters für Ausflüge hingefahren. Ja, und es sind einfach tolle Städte, muss man einfach neidlos anerkennen. Also das geht schon los natürlich bei Straßburg, eine sehr große, lebendige Stadt. Aber dann auch eben weiter runter nach Kolmar mit vielen kleinen Kanälen drin. Man hat so einen, ja, Venedig will ich jetzt nicht sagen, aber hat schon so einen Flair einfach, weil einfach viel Wasserwege in der Stadt sind. Dazu die schönen alten Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser, es ist eigentlich das Leben wie in einer Postkarte oder einem Freilichtmuseum. Die ganzen kleinen Winzerortschaften, Riquevir beispielsweise genannt oder Ribovillet, gehört auch noch dazu. Das sind einfach wirklich süße, schnucklige, pittoreske Örtchen mit tollen Weingütern, wo man einfach auch besuchen kann und das Elsass meiner Meinung nach immer eine Reise wert. Und man kann sogar hinfliegen, Straßburg wird angeflogen und natürlich Basel, Mühlhausen im Süden. So viel dazu. Also Elsass sicherlich eine Reise wert und es macht ja, wie gesagt, immer am meisten Spaß, die Weine vor Ort zu probieren. Also das war das bisschen das Problem mit dem insgesamten Stil. Der Elsässer Weine. Es gibt dort auch eine Weinstraße, wenn wir gerade noch beim Tourismus sind. Da macht es auch sehr Spaß, ähnlich wie in der Pfalz oder in Hessen oder wo auch immer, kann man hier die Weinstraße entlangfahren und kommt dann eben durch die gerade genannten schnuckligen Ortschaften durch. Dann kommen wir noch vielleicht als Eingang zu den Appellationen. Also es gibt die AOC Alsace natürlich als übergeordnete regionale Appellation. Dort drunter fällt das ganze Anbaugebiet. Dann kommt der Alsace Grand Cru. Wie gesagt, das Ende der 70er Jahre definiert. Mittlerweile sind es 50 Einzellagen und das Spannende dort ist, dass die Mengenbegrenzung, die Ertragsbegrenzung für Grand Cru im Elsass sehr, sehr hoch ausfallen. Also es dürfen bis zu 70 Hektoliter pro Hektar Grand Cru erzeugt werden, was schon sehr viel ist. Also im Burgund ist es 30, aber das liegt natürlich auch an den verschiedenen Rebsorten und letzten Endes auch an dem Klima, was dort eben möglich ist. Dann gibt es als eigene AOC den Cremont d'Alsace. Auch darüber erfährt ihr in der nächsten Folge dann mehr, weil da verkosten wir eben auch ein Cremont aus dem Elsass. Und dann gibt es noch zwei Besonderheiten. Das eine ist der Edelzwicker. Das ist auch, fällt unter die AOC Alsace. Und dort handelt es sich einfach um eine weiße Cuvée. Also eher der Einstiegswein in den meisten Fällen. Und dann besonders spannend ist dann eben der Klevener de Heiligenstein. Und Klevener ist eine Sache, die ja besonders ist, aber auch zu Verwirrung führt. Weil Klevener, die Rebsorte an sich heißt Savignon Rosé, eigentlich eine Traminer Rebsorte, die aber nur an diesem Eckchen angebaut werden darf. Und das geht so ein bisschen in die Grauburgunder-Geschichte. Also es ist eine graue Rebsorte, wenn man es genau betrachtet. Also nicht weiß, nicht rot, sondern einfach eine gefärbte Schale, die dann eben zwischen den zwei Stühlen steht. So, Klevener ist aber eben auch eigentlich ein Synonym für den Weißburgunder. Da gibt es oft dann die Verwirrung, was ist es nun? Klevener de Heiligenstein oder ist es Weißburgunder? Klevener ist dann immer ein bisschen schwierig. Und die Rebsorte an sich ist eben Savignon Rosé. Aber das wird in dieser Ecke um das Örtchen Heiligenstein eben angebaut. Dann gibt es noch Sachen, die sehr wichtig sind im Elsass. Die sogenannte Spätlese, die dort Vendange Tardif heißt. Also das ist Spätlese auf Französisch quasi. Das sind dann die richtigen fetten Wuchtbrummen. Ich mag ja sowas, aber das ist schon wirklich ein großes Kaliber. Also die geraten oft sehr mächtig und sehr kräftig, dick, barock eben. Und dann noch eins drüber, die Beerenauslese. Das nennt sich dort dann im Elsass Selection des Grands Nobles. Also die noblen Beeren, das ist die Beerenauslese. Und das ist dann natürlich auch ganz großes Kino. Sehr teure Weine, aber ähnlich wie bei uns auch einfach absolute Top-Qualität und was ganz Besonderes in kleinen Mengen. Und dann gibt es auch noch sowas wie einen Strohwein. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und Eiswein, Venteglas, wird er im Französischen genannt, ist auch möglich, weil eben wir dort noch beim 48. Breitengrad schon nördlich genug sind, dass der Kälteeinbruch dann im Spätherbst eintreten kann und man im ein oder anderen Jahr einen Eiswein lesen kann. So, und ich denke, das sollte jetzt erstmal genügen als theoretischer Überblick über das Elsass. Und wir starten jetzt mit unserem ersten Weißwein, einem Pinot Blanc oder Weißburgunder. So, also, unser erster französischer Elsässer Weißwein bei meinem Wein-Podcast. Und zwar, ich habe mich entschieden für den Pinot Blanc von dem Weingut Trimbach aus Ribauville. Hier befinden wir uns, wie eben gesagt, in dem Herzstück des hochqualitativen Weinanbaus im Elsass. Wir befinden uns hier zwischen der großen Stadt Colmar und der etwas nördlich gelegeren, kleineren Stadt Celestat. Genau dazwischen ist Rickevier, Entschuldigung, Ribauville, Rickevier war das andere, Ribauville. Und liegt an der Elsasser Weinstraße natürlich und wirklich ein sehr, sehr hübsches Örtchen. Das Haus Trimbach macht mittlerweile in der 13. Generation Weine. Gibt es seit, zumindest laut Etikett hier, 1626. Ich war da selber natürlich nicht dabei. Aber es sind 13 Generationen hier am Werk. Und das Haus grundsätzlich zeichnet sich aus durch tolle Weine, ausgeglichene Weine und natürlich auch durch hervorragende Weine. Hat einen großen Namen. Die Produktion ist auch durchaus als groß anzusehen. Und ein Riesling hat sich da den größten Namen gemacht von denen. Und das ist ein besonderes Filetstückchen aus einer Grand Cru Lage. Und der Riesling nennt sich dann Closant Hune. Die nennen gar keine Preise auf der Homepage. Aber das ist quasi deren Flaggschiff, Flaggschiff Wine. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Pinot Blanc. Und da fängt es schon wieder an. Ich habe, wenn man sich die Spezifikationszettel anschaut, dann stellt man fest, Pinot Blanc auf dem Etikett, aber gar nicht unbedingt dominierend Pinot Blanc in der Flasche oder im Glas. Nämlich, wir haben hier eine Assemblange. 80% Oxervoir und nur 20% Pinot Blanc. Ja, das würde jetzt nach deutschem Recht zum Beispiel gar nicht gehen, weil ja jede Rebsorte, die einen größeren Anteil als 15% hat, muss auf dem Etikett erwähnt werden, wenn Rebsorten erwähnt sind. Oxervoir ist im Elsass auch ein Thema, gar keine Frage. Aber Pinot Blanc ist natürlich viel bekannter als der Oxervoir. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, das dann so aufs Etikett zu schreiben. Oxervoir, genauer wie der Weißburgunder, eine Burgunderebsorte. Es sind Verwandte, die auch jetzt natürlich durchaus Ähnlichkeiten gemeinsam aufweisen. Aber der Wein besteht eben zu 80% aus Oxervoir und wir haben jetzt hier einfach keinen reinsortigen Pinot Blanc. Ich habe hier den Jahrgang 2019 im Glas und hat immerhin 13% Alkohol. Wie gesagt, ist jetzt nicht übermäßig viel, aber für ein Pinot Blanc, für eine Burgunderebsorte, ist 13% jetzt auch nicht unbedingt wenig. Und deswegen vielleicht noch ein Wort zur Flaschenform. Die nennt sich hier für Weißweine insbesondere, nennt sich diese Flaschenform im Elsass Flüt. Das ist quasi sowas wie unsere Schlegelflasche. Die hat sich hier eben auch durchgesetzt und auch hier haben wir eben einfach wieder die kulturellen und traditionellen Gemeinsamkeiten, weswegen es nach meinem Dafürhalten eben schon durchaus Sinn macht, so ein großes Überthema deutschsprachige Anbaugebiete zu beschreiben, mit aufzunehmen als rote Richtschnur für etliche Podcast-Episoden herzunehmen. So, was kann man noch zu dem Wein sagen? Restsüße 8 Gramm pro Liter. Das heißt, der ist knapp davor, nicht mehr trocken zu sein, aber wird als trocken angegeben. Säuregehalt immerhin 4,6%. Bin jetzt gleich sehr gespannt, wie er sich dann im Mund präsentiert. Und ja, ansonsten auch hier natürlich ein guter Speisenbegleiter. Er bringt natürlich Kraft mit. Er hat ein gewisses Potenzial, auch als Essensbegleiter eine gute Figur zu machen. Und wir kennen ja eigentlich Weißburgunder als die eher elegantere Burgunderfamilie. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, was der Wein im Glas kann. Ein Schraubverschluss, ihr hört es. Der Wein liegt ungefähr bei 16 Euro. Ja, ist jetzt für Einstiegsqualität auch nicht wenig. Aber wie gesagt, Drimbach hat einfach einen großen Namen, eine große Produktion. So, im Glas präsentiert er sich relativ farbintensiv für den Weißburgunder. Wir haben hier ein mittleres Zitronengeld. Der Wein ist komplett klar. Der wässrige Rand fällt eher dünn aus. Also eine durchaus kräftigere Farbe. Oxarroir ist auch nicht eine besonders farbkräftige Spielart der Burgunderfamilie. Also insofern alles im grünen Bereich. Aber die kräftige Farbe zeugt eben schon von einem kräftigeren Wein. Also oft ist es ja schon so, dass die Farbintensität beim Weißwein schon auch gerne Hand in Hand geht mit der Intensität. So, dann riechen wir mal rein. Also was man auf jeden Fall festhalten muss, ist natürlich die typische Burgundernase. Das, was vielen Burgundarebsorten gemein ist im weißen Bereich, das hat der auf jeden Fall. Ich schwenke nochmal. Ja, insgesamt ein bisschen zurückhaltend. Aber wir haben natürlich die Birne, Apfel, ein bisschen Pfirsich. Ja, ein paar weiße Blüten kann man sich vorstellen. Aber auch durchaus so ein kleines Pfefferl. Eine kleine Schärfe hat er auch mit drin. Ja, lassen wir mal so stehen. Also da ist schon der erste Unterschied. Und da schlägt natürlich auch der Oxarroir deutlich zu Buche wie der Pinot Blanc. Also, eine durchaus knackige Säure. Erstaunlich frisch, der Wein. Hat jetzt gar nicht so das breite Kreuz, wie man es jetzt vielleicht kennt. Da hilft ihm natürlich die Rebsorte. Gar keine Frage. Der Grauburgunder gerät da oft gerne ein bisschen anders. Aber es ist schon typisch Weißburgunder. Definitiv. Also auch im Mund. Irgendwas zwischen weißen und gelben Früchten. Wir haben hier ein bisschen Honigmelone, gelbe Äpfel, saftige Birnen. Dann die Säure. Das war jetzt mein erster Schluck Wein heute. Ich nehme es um zur Mittagszeit auf. Ich habe es euch ja auch schon mal gesagt. Der erste Schluck ist oft so ein bisschen außer Konkurrenz. Wenn man sich der Mundraum mal gewöhnt hat an Wein, dann ist es auch gar nicht mehr so überbordend, wie es im ersten Moment war. Ja. Saftig, frisch, mittlerer Körper. durchaus mineralisch ein bisschen. Die knackige Säure unterstreicht es nochmal. Ich finde ein schön langer Nachhall. Da merkt man einfach die Kraft, die der Wein hat. Einfach schön, wie lange der im Mund bleibt, von der Frucht getragen. Ich merke hier nichts Großartiges an Holzfassausbau. Der Wein wirkt insgesamt schon schön balanciert, ausgewogen, frisch, kraftvoll. Eine gewisse Komplexität bringt er auch mit. Durchaus nicht wenig Alkohol wird man dann schon merken bei 13%. Aber er macht eigentlich schon Spaß. Und die Burgunder Typizität kommt hier eigentlich ganz gut zum Tragen. Also ich finde es eigentlich einen sehr leckeren Wein, zu dem ich mir aber gerne auch eben was zum Essen wünschen würde. Ich probiere es nochmal. Mit einer schönen Frucht. Also ich muss wirklich sagen, ein leckerer Wein, der durchaus wirklich Spaß macht zum Trinken, auch ohne Speisenbegleitung. Aber ich denke, da würde es sich noch ein bisschen leichter tun, wenn ich mir jetzt ein typisches Elsässer Gericht mit Spätzle dazu vorstelle und einer kräftigen Soße. Dann hilft die Säure auch, das wieder aufzulockern. Durchaus eine sehr schöne Kombination, wenn man es ein bisschen deftiger mag. Und ich würde auch sagen, der Wein, der würde auch vielleicht noch profitieren von ein paar Jährchen auf der Flasche. Dass er dann nochmal ein paar Komponenten dazu bekommt, ob die Säure vielleicht noch ein bisschen besser eingebunden ist. Aber er ist jetzt auch schon sehr gut trinkbar. Mir macht das Spaß. Und ich bin, wie immer, gespannt, wie ihr diesen Wein findet. So, und dann sind wir schon bei unserem zweiten Weißwein aus dem Elsass. Und hier, wie soll es anders sein, habe ich mich natürlich für einen Gewürztraminer entschieden. Das gehört einfach dazu. Und zwar, ich habe mich für den Gewürztraminer Klassik von der Familie Hugel entschieden. Auch in der Schlegelflasche. Und Hugel ist in Rickevir. Jetzt haben wir es. Das ist ein Örtchen, was noch ein Stückchen näher an Kolmar liegt. Und damit sind wir wieder im absoluten Kernland des Elsässer Weinbaus. Ja, auch Familie Hugel ein sehr traditionsreicher Betrieb. Auch hier geht es zurück bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Damit sprechen ja beide Weingüter schon eine deutliche Sprache, wie lange die Weinbautradition im Elsass vorherrscht. Und nichtsdestotrotz vielleicht an der Stelle noch auch mal der Hinweis, dass obwohl der langen Tradition und, ja, wie soll ich sagen, des Konservativismus vielleicht in der Weinbranche, aber das Elsass hat sich hier schon auch als ökologischer Vorreiter einen Namen gemacht. Im Elsass, nicht zuletzt natürlich begünstigt, durch die trockenen Anbaubedingungen hat man sich hier relativ frühzeitig auf biologischen oder gar biodynamischen Weinanbau konzentriert, in Versuchsweise eingeführt und auch zu einem großen Erfolg gemacht. Und da gehören natürlich dann so Protagonisten wie das Weingut Kreidenweiß dazu, die man auch einfach mal probiert haben muss, um zu sehen, wie toll dort im Elsass auch biodynamische erzeugte Weine funktionieren und was dort alles möglich ist und auch gemacht wird. Aber kommen wir zurück zu unserem Gewürz Dramina von der Familie Hugel. Auch hier wieder abgefüllt in der Schlägeflasche, in der Flüt, einen Diamkorken, also dieser Kanulatkorken, was das genau auf sich hat und welche Flaschenverschlüsse es gibt. Da verweise ich immer ganz gerne auf meine Online-Weinkurse. In Ausgabe 2, im Online-Kurs 2, Weine richtig kaufen, servieren und lagern, findest du auch ein paar Hinweise über den passenden Flaschenverschluss. Und als Grundlage ist natürlich der erste Online-Weinkurs von der Rebe in die Flasche immer ein guter Ausgangspunkt. Ja, der Dramkorken jedenfalls soll an sich ein geschmacksloser Korken sein, der keine Gefahr von dem sogenannten Korkschmecker hat. Und trotzdem muss man ihn dann halt mit einem Korkenzieher aufmachen und somit der geliebten, gelebten Tradition Rechnung tragen und sich einfach einen Korkenzieher nehmen. 2018 der Jahrgang ist der aktuelle Jahrgang im Verkauf und überraschenderweise auch nur mit 13,5 Prozent Alkohol. Hier werde ich quasi ja schon wieder Lügen gestraft, dass durch das warme Klima die Weine im Elsass gerne ein bisschen zu breit geraten, mit wenig Säure. Hier offensichtlich nicht. Man hat es hier sehr gut im Griff gehabt. Alles ist auch möglich, gar keine Frage. Es war ja vorhin auch eher eine pauschale Aussage. Gewürztraminer grundsätzlich trinkt man einen Ticken wärmer. 10 Grad, 10, 12, 12 Grad auch nochmal möglich. Macht es durchaus möglicher und lässt natürlich das Aroma dieser bekannten und geliebten Bouquet Rebshorte dann noch deutlicher im Glas erscheinen und zum Vorschein treten. So, dann schenken wir uns mal ein Schlückchen ein. Auch hier wieder die Weinerzeugung an sich sehr schonend gemacht, mit möglichst wenig mechanischem Eingriff. Es wird weitestgehend versucht, dem Wein eben sich selbst zu überlassen, auch bei der Familie Hugel. So, die Farbe kräftigeres Gelb, vielleicht ein Tick mit dunkelgelben, vielleicht einen ganz leichten Hauch von grünlichen Reflexen, aber auf jeden Fall farbintensiver wie vorher. Einen wässrigen Rand habe ich hier so gut wie gar nichts. Und der Wein, habe ich gerade gelesen, ist auch ein bisschen filtriert worden oder schonend filtriert worden, sodass es hier sich auch um einen blitzblanken, brillanten Wein handelt. So, dann bin ich jetzt mal vor allem gespannt auf die Säure. Also in der Nase riecht man sie natürlich nicht, machen wir erst die Aromen. Ja, eher auf der rosigen Seite, jetzt gar nicht so das typische Gewürztraminer Bouquet, wie man es kennt. Rose, gelblich, Apfel würde ich auch sagen, ein bisschen Birne, aber das Wesentliche ist der Rosenduft. Jetzt schwenke ich es mal. Ja, da kommen auch noch ein bisschen herbere Noten, ein bisschen vollreife Noten dazu, vielleicht so ein bisschen Richtung Passionsfrucht. Maracuja kommt hier noch mit dazu. Schon sehr intensiv. Ja, hier ist jetzt vielleicht bei mir noch einen Ticken kalt, aber auf jeden Fall kräftiger in der Nase wie unser erster Weißwein. Dann probiere ich ihn mal. Also schmelzig, cremig fast schon. Eine spürbare Säure, was ich sehr schön finde, das macht den Wein eleganter, leichter, habt ihr jetzt schon öfters bei mir gehört. Nichts grobes, nichts zu schweres, nichts erschlagendes, was man gerne beim Gewürztraminer hat, ist hier überhaupt nicht der Fall. Eine gewisse Süße ist da auch mit drin, würde ich auf jeden Fall sagen. Da hat man natürlich auch versucht, den Alkoholgehalt vielleicht ein bisschen niedriger zu halten. Also eine Restsüße, finde ich, ist hier auf jeden Fall noch mit dabei. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein bisschen Restsüße, Verträggewürztraminer schon. Wenn es zu viel wird, dann wird er einfach zu breit. Aber hier, Säure, Süße, Balance ist sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch im Mund Muskat, Maracuja, Rosenblätter in erster Linie. Sehr schön, nicht zu parfümiert. Komplex, auf der gelben, fruchtigen, exotischen Seite. Einen gewissen Schmelz, das kann daran liegen, dass er auf Lehm in erster Linie gewachsen ist. Zeigt aber auch eine schöne Mineralität, die unterstrichen ist von der Säure. Ein sehr athletischer Gewürztraminer, würde ich es mal sagen, der nichts von dem Schreckbild des säurearmen, wuchtigen Elsässer Gewürztraminer mit sich bringt. Also ich finde ihn einfach wirklich auch sehr gut gelungen. Ich bin von beiden Weinen echt sehr positiv überrascht. Wie ausgewogen, wie frisch, wie lecker, wie gut trinkbar, die auch alleine ohne Essensbegleitung sind. Ein bisschen was Nussiges, vielleicht so in Richtung, bisschen Richtung Pistazienmarzipan. Irgendwas Nussiges, Knackiges. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich bin echt erstaunt. Und 15 Euro kostet diese Flasche. Macht alleine Spaß. Vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so auf so Säuremonster Wert legen, funktioniert das hier sehr, sehr gut. Einfach richtig lecker. Also ich bin mal wieder begeistert von meiner Weinauswahl. Und wie schön es einfach ist, mit euch gemeinsam viele Anbaugebiete wieder zu entdecken, dass man einfach schon mal gelernt hat, gehört hat, sich da schon mal selber bewegt hat. Und trotzdem macht es einfach immer wieder Spaß, auch nach mehreren Jahren mit zunehmender Erfahrung und Kenntnis, sich Anbaugebieten immer wieder neu zu nähern. Auch hier kann ich mir natürlich die Elsässer Küche perfekt vorstellen. Hier würde ich sogar so weit gehen, dass der Wein über fast alle Gänge funktioniert. Er ist appetitanregend. Er kann auch mit Dessert funktionieren, wenn es nicht zu süß ist. Er funktioniert zur Hauptspeise, gerade die Gänseleber-Geschichten, die sehr deftigen Speisen im Elsass. Mit seiner durchaus spürbaren Säure kann er auch sehr gut funktionieren. Er hat den Schmelz, die Cremigkeit. Er hat eine schöne Länge. Wirklich gut gemachter Gewurztraminer. Respekt. Also kann ich nur empfehlen, probiert diesen Wein. Definitiv. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst mich doch bitte wissen, wie er euch letzten Endes auch geschmeckt hat. So, und da sind wir schon wieder am Ende der 60. Ausgabe meines Wein-Podcasts vom 11. Juni 2022. Die nächste Ausgabe wird es am 2. Juli geben, ein Tag nach meinem Geburtstag. Und da werden wir uns dann eben noch weiter den Elsasser Weinen widmen. Nämlich einen Pinot Noir aus dem Elsass und einen Cremont d'Alsas. Da bin ich auch schon wieder sehr gespannt und voller Vorfreude auf diese leckeren Weine. Wer Lust hat, immer im Podcast mitzumachen oder einen Gesprächspartner hat oder sich und seine Produkte hier bei mir präsentieren möchte, mir und meiner Hörerschaft, der kann gerne auf mich zukommen. Und ich bin auch wieder auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. In erster Linie Winzer aus dem Elsass, um auch das Thema Elsass hier inhaltlich und thematisch abzurunden. Aus erster Hand durch einen Praktiker, der sich dann bemüßigt fühlt, die Region Elsass uns hier gemeinsam mit leckeren Weinen zu präsentieren. Ansonsten, der Hinweis, wie immer, ihr kennt es schon, er hängt euch schon aus den Ohren raus. Jetzt springt hier gerade mein Drucker an. Wobei ich Dinge lieben? Genau, die Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Werdet dort bitte Mitglied und dann könnt ihr euch dort mit mir und den anderen Hörern austauschen. Dort könnt ihr auch gerne eure Hörerfragen loswerden, Themen, Anregungen hinterlassen. Folgt mir auf Instagram oder schreibt mir einfach, wenn ihr was zu meinem Podcast beitragen wollt, in Form von Kritik, Vorschlägen oder eben auch Angeboten. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich drücke mir die Daumen, dass du auch in drei Wochen am 2. Juni wieder mit dabei bist. Und damit verbleibe ich euer Fluren aus München mit genussreichen Grüßen. Danke, Servus, bis zum nächsten Mal. Danke, Servus, bis zum nächsten Mal.